Hey Leute, hier wieder die neue Workout-Beschreibung. Zum Warm-Up haben wir zwei Runden. 20 Split-Checks, 10 Hip-Opener pro Seite inklusive Rotation, 10, nein, Quatsch, 5 Burpees, jetzt 10 Push-Up to Down-Dogs und zum Schluss noch 20 Air-Squats. Dann im Mobility-Part haben wir immer 30 Sekunden als Intervall. 30 Sekunden rechts, Child-Pause inklusive T-Spine Rotation und 30 Sekunden links natürlich und 30 Sekunden Active Samson rechts und auch noch links. Im Workout haben wir dann fünf Runden, 30 Sekunden Handstand Hold. Wenn ihr das könnt, dürft ihr das natürlich freistehend machen, ansonsten irgendwie an der Wand oder euch ansonsten eine Skalierungsvariante überlegen, an der Box oder sowas. Hauptsache, ihr versucht 30 Sekunden irgendwie euch auf den Händen zu halten. Und danach 20 Air-Squats. Genau, und dann wieder von vorne. Im Cooldown haben wir zwei Übungen. Einmal den Couch-Stretch, eineinhalb Minuten rechts und links. Und einmal den Trizeps-Stretch, auch eineinhalb Minuten rechts und links. Das war's für heute wieder. Viel Spaß beim Workout, viel Spaß beim Muskelkater am nächsten Tag. Wir sehen uns demnächst wieder in der Box. Bis zum nächsten Mal. Peace. Peace. inc disk Und Untertitelung des ZDF, 2020